Drei tote Frauen in Teheran, zwei in Tripolis, Lübien, wurde nach dem gleichen Muster abgeschlachtet. Ihre Nachbarin war die Nummer acht. Die Kollegen haben gesagt, sie haben was gesehen. Er hat mich gesehen. Wie heißt sie? Eske. Sind sie Türkin? Österreicherin. Vorstrafen. Drogenbesitz, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wir schicken jemanden, der ihnen zeigt, wie sie sich selber schützen können. Der Rania hat dich geliebt, Samir. Das ist der Kasern. Das Jugendamt wird entscheiden, was mit der Kleinen passiert. Wer kümmert sich jetzt? Du bist vorbestraft wegen Drogen. Wirst wegen Kindesentführung gesucht, das haust du an Kollegen nieder. Heute, du hast keine Chance mehr, die Erde zu kriegen. Dies hat es wurscht. Der Platz des Weibes ist unter dem Mann bei seinen Kindern. Ich bring dich um.